als erstes gehen wir in addon manager laden uns da flashgold runter so klicken jetzt edit to firefox jetzt noch auf install jetzt können wir firefox neu starten als nächstes schließen wir den manager gehen in die adresszeile rein geben ein about double.config bestätigen die untere meldung geben oben ein flashgold media alles getrennt durch den punkt und machen den wert als nächstes gehen wir in die flashgold option rein dort stellen wir oben bei edit einen download mensch ein wir nennen einfach mplayer so mplayer ist gespeichert in slash user slash bin slash mplayer so jetzt geben wir noch unten in den kommandozeilen ein mplayer leerzeichen ur und ganz wichtig dahinter ein enter machen so jetzt mache ich es jetzt haben wir hier unten ein enter drinnen jetzt sind wir eigentlich schon mit der prozessor durch wir können nur als dv download manager noch den mplayer einstellen jetzt gehe ich nur noch mal schnell auf eine website um das ganze zu testen so jetzt klicke ich das flashvideo ein und dann wird es abgespielt und da erscheint dann unten in der leiste ein videosymbol das klicken wir an und dann öffnet sich automatisch der mplayer dann wir können uns das aufbauen dann 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 Vielen Dank.